Gott, ich hab das Angeln so satt. Hat schon jemand angebissen? Ja, bald. Angeln ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin am Verhungern. Oh, ein Wurm. Mein Lieblingssnack. Ich hab was. Das ist meine Chance. Hilfe. Was ist das? Ein Zettel. Helft mir. Jemand braucht unsere Hilfe. Ich hab etwas. Sei vorsichtig. Ein Moment. Ich hab's. Wow. Hey, wer ist das? Eine Meerjungfrau. Wow. Endlich. Ihr habt mich gerettet. Wir haben eine Meerjungfrau adaptiert. Wo ist sie? Nein. Schatz, das ist dein neues Zimmer. Willkommen. Was hältst du davon? Um ehrlich zu sein, es ist nicht gut. Es ist verwahrlos. Das tut mir leid. Ich hab eine Idee. Schau. All diese Spielsachen sind für dich. Oh nein. Barbie hat kein Bein. Kopf hoch. Wir haben eine Überraschung für dich. Jake. Wo ist das Leckerli? Ups. Entschuldigung. Ich neige dazu, um Stress zu naschen. Oh, Jake. Gib mir die Folie. Und die Puppe. Ich hab eine Idee. Entferne die alte Kleidung und die Beine. Form eine Flosse. Wickle Folie darum und bedecke sie mit Fimo. Füge Glitzer hinzu und verziere es mit Perlen. Fertig. Eine einzigartige Bemerkung von Barbie nur für dich. Wow. Das gefällt mir. Gib mir fünf. Wir reden später weiter. Mom, Dad. Hey, Schatz. Wir haben dich vermisst. Hey. Ich euch auch. Hab dich. Siehst du? Puh. Zum Glück. Du musst aufpassen. Die Flosse ist zu gefährlich. Du brauchst Beine. Überlass das mir. Was hat der vor? Auf keinen Fall. Meilenfrau. Ich glück, Pilz. Hab dich. Hey. Was? Überraschung. Das gehört mir. Mein magisches Medaillon. Was fällt dir ein? Ich hab einen Termin. Bis bald. Ich bin wieder zurück. Ich hab etwas Magisches. Probier es an. Es hat geklappt. Wow. Die Flosse hat sich in Beine verwandelt. Wow. Yay. Es wird Zeit, dass wir dich umsteilen. Ich würde gerne wissen, ob wir etwas gebrauchen können. Bin schon unterwegs. Das ist echt hart. Unser Schatz lernt laufen. Probier es an. Ich wette, es wird dir gut stehen. Und das auch. Und das. Ich kann es nicht halten. Ein Sweatshirt, um den Look abzurunden. Ups. Oh, Schätzchen. Wie ist das? Gefällt es dir? Ich glaub, ich weiß, wie ich dein Look auf ein ganz neues Level bringen kann. Schneide die Ärmel ab. Schneide entlang der Naht. Und peppe sie mit Pailletten auf. Tada. Die Beinstülpen sind fertig. Die sind der Hammer. Danke. Ah. Ne, Beine sind zu gefährlich. Vielleicht sollten wir deine Flosse zurückbringen. Wow. Eine Flosse fühlt sich viel besser an. Fühlt sich an, als wäre der Raum noch nie geputzt worden. Ah. Eine Spinne. Alles voller Spinnenweben und Staub. Das Zimmer ist das Schlimmste. Schatz, was ist denn los? Ich halte es nicht mehr aus. Um mich herum gibt es nur Spinnen und Spinnenweben. Was soll ich tun? Ich liebe Spinnen. Jake. Schätzchen. Geh erstmal nach draußen spielen. Wir haben das im Griff. Das ist nicht zu retten. Das wird schon. Wo sollen wir anfangen? Hier ist unsere Kleidung. An die Arbeit. Der ganze Staub und Schmutz muss weg. So. Ich habe eine Idee. Hört sich nicht gut an. Gib mir Zeit, um die Deko fertig zu stellen. Wie sieht es jetzt aus? Bravo, bravo. Jetzt bin ich dran. Keine Peiletten. Nur Bauschaum. Forme eine Koralle und warte, bis der Schaum ausgehattet ist. Als nächstes anmalen. Fertig. Man kann nicht erkennen, ob es echt ist oder nicht. Fantastisch. Ein paar Seepferdchen, um das Zimmer zu vervollständigen. Hübsch. Ich habe Muscheln. So kannst du das Meer hören, wann immer du willst. Wirklich? Hallo. Jetzt ist es gemütlich. Kitty, es ist Schlafenzeit. Ich habe dich gefunden. Ursula ist hier. Ich brauche Licht. Sofort. Es lässt sich nicht einschalten. Ah, Hilfe. Schätzchen, was ist denn? Sie ist wieder da. Ursula war hier. Es ist alles in Ordnung. Es war nur ein Traum. Ich werde dieses Meeresnachtlicht neben dein Bett stellen, damit du süße Träume hast. Wow, das ist wunderschön. Träume schönes Schätzchen. Danke. Drück auf den Like-Button, damit das Nachtlicht die ganze Nacht anbleibt. Nachtlichter sind so nervig. Yay, ein Pool. Warte. Es ist tief und das Wasser ist kalt. Schatz. Oh ja, ich habe einen Thermometer. Dann mal los. Zu kalt. Schwimmen verboten. Ich will unbedingt schwimmen. Boah. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Ich nehme die Pumpe und die Muschel mit. Ich bin gleich zurück. In der Zwischenzeit können wir beispielen. Dazu habe ich keine Lust. Eine aufblasbare Muschel für eine Meerjungfrau. Steig ein. Ich bin bereit. Endlich kann ich schwimmen. Ein Erinnerungsfoto. Schatz. Lächeln. Das ist ein schönes Restaurant. Kenner. Hallo. Wir haben Hunger. Ah, Sushi rollen. Warum sollte man sowas essen? Das ist nicht okay. So eine Frechheit. Wir hauen hier ab. Warte. Wir haben etwas Besonderes für euch. Direkt aus dem Meer. Ihr werdet es nicht bereuen. Oh, eklig. Genug. Du fiese Hochstaplerin. Du wirst mich nicht austricksen. Sieh nicht hin. Wie wäre es damit? Der Hauptgang ist ein Krabben-Sandwich. Ich liebe Krabben. Der zweite Gang ist das Perlen-Bissair. Wow. Umwerfend. Und der Fiene zum Nachtisch. Mom. Das ist mal was anderes. Danke, Schatz. Ich kann den morgigen Tag kaum erwarten. Morgen bist du nicht mehr da. Oh nein. Ursula. Sie ist wieder da. Ah. Schatz. Ich habe dir doch gesagt, dass es nur ein schlechter Traum war. Was? Rette dich. Ich setze mich für meine Tochter ein. Ähm. Jake. Wiedergeflohen. Toll. Langsam wird es lästig. Dad, Hilfe. Die Hexe ist zurück. Ähm. Was? Die Seehexe. Sie ist böse. Ich will das Mädchen. Du wirst uns keine Angst an, Young. Lächerlich. Ich kann wirklich zaubern. Wie wäre es damit? Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Wir haben es geschafft. Du hast verloren. Die Hexe hat sich in einen Oktopus verwandelt. Geschieht dir recht. Schatz. Oh je. Schatz, was ist mit dir los? Bin ich ein Mensch? Das ändert gar nichts. Wir lieben dich. Stimmt, Schatz? Dir wird es gut gehen. Du wirst es lieben, ein Mensch zu sein. Lächeln. Es geht los. Wir sind eine glückliche Familie. Oh je. Warum ist er hier? Er ist ein Ruhestörer. Von jetzt an bin ich eure Familie. Nein. Hilfe. Mom. Schatz, was ist los? Er ist ein Vampir. Schau. Was? Schon wieder denn Dad? Er ist ein Unglücksrabe. Schatz, tu etwas. Er ist ein Vampir. Hör auf. Ein Stiefdead ist der netteste Mensch. Mom, ich sag dir. Er hat Vampirzähne. Du bist albern. Er ist der netteste Kerl überhaupt. Oh Schatz. Was habe ich dir gesagt? Ich weiß ganz sicher, dass er ein Vampir ist. Ich werde es dir beweisen. Esme. Endlich. Aha. Hab dich. Ups. Wer ist da? Kaia Schätzchen. Oh, was ist los? Ich kann beweisen, dass dieser Hochschlappler ein Vampir ist. Das ist nicht lustig. Hör auf Dinge zu erfinden. Ich denke mir das nicht aus. Ich habe Reißzähne gesehen. Von wem reden die denn? Loser. Hier ist ein Geschenk von mir. Das ist für dich. Oh, ich meine, ups. Es reicht. Stress ist schlecht für dich, Schätzchen. Was? Der Strauß gehört mir. Verschwinde. Er spielt nur mit dir. Es reicht. Du solltest gehen. Bye. Was hat der vor? Ich muss es wissen. Hey, Freunde. Ich muss nach Hause. Was versteckt er in der Tour? Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Das ist ein schrecklicher Ort. Ich fühle mich schlecht. Mein Abendessen kam zu mir. Wie süß ist das denn? Schätzchen, wo bist du? Wir sind spät dran. Ich bin schon eine ganze Weile hier. Wir müssen jetzt los. Komm. Ich komme hier schon. Oh, geh schon mal. Ich komme gleich nach. So ist es gut. Ich muss hier raus. Aber wie? Eine Pfeile. Ich glück's, Pilz. Puh. Ich nehme die Gurte ab. Die fiesen Seile sind endlich weg. Jetzt muss ich nur noch einen Weg nach draußen finden. Dad wird mir helfen. Kein Empfang. Leute, Hilfe. Kommentiert. Hilf mir. Dad sieht es und kommt, um mich zu retten. Schatz, danke für den schönen Abend. Ich hatte so viel Spaß. Oh, er ist es. Ja, ich bin es. Und dieses Mal habe ich einen handfesten Beweis, dass der Typ am Vampir ist. Vampire spiegeln sich nicht. Ich schon. Oh Gott. Ich habe es so satt. Du spiegelst dich auch. Schau. Kein Spiegelbild. Doch, gibt es. Sieh doch mal. Jake, du bist total verrückt. Du wirst immer nerviger. Okay, ich werde gehen. Was ist das? Oh Junge. Ist doch egal. Es ist nichts. Bye. Ich muss herausfinden, was er in dieser Tour versteckt. Bleib unauffällig. Ich muss ganz still sein. Wow. Ich bin ja fast so etwas wie ein Superheld. Au. Oh, tut das weh. Da kommt jemand. Ich habe was gehört. Wer ist da? Es riecht nach einem Menschen. Wo könnte er sein? Ich glaube, er ist weg. Das Schloss. Ich muss sicherstellen, dass es sicher ist. Verschlossen. Puh, das war knapp. Es ist wieder verschlossen. Ich versuche, es zu öffnen. Es sieht so aus, als würde es nicht funktionieren. Oh, wir brauchen Likes. Drück den Like-Button und helf mir, die Tour zu öffnen und herauszufinden, was da drin ist. Danke. Hilfe, ich will raus. Das hat doch keinen Sinn. Was soll der ganze Lärm? Ich schlafe noch. Oh je, rettet mich. Keiner wird dich retten. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde mich wehren. Was hast du vor? Die Waffe ist einsatzbereit. Feuer! Hey, es reicht. Lass das. Hör auf, auszuweichen. Nimm das. Meine Augen. Es ist doch nicht vorbei. Ich gewinne diesen Kampf. Oh je, was ist das? Wie viele Familien hat er schon ausgeträgst? Jetzt bin ich dran. Ich werde dich tatenlos zusehen. Ich habe Tee. Oh, es geht los. Was hältst du von der Fernsehsendung? Ich finde sie toll. Hi. Macht es euch was aus? Nur zur Erinnerung. Heute ist mein Tag. Ich werde gerne Esmi sehen. Oh, du wirst sie bald sehen. Oh je, ich kann sie nicht rauslassen. Sie wird mein Geheimnis sehen. Was soll ich jetzt tun? Wo ist meine Tochter? Sie wird gleich hier sein. Gib her. Stieb der Tag. Das ist mein Tag. Was? Ich weiß. Ich werde beweisen, dass er ein Vampir ist, indem ich ihn mit Licht abschrecke. Wirklich? Sieh zu mir. Ah. Ah. Meine Augen. Tja. Irgendetwas ist schief gelaufen. Das lindert die Irritation. Danke, Schätzchen. Okay. Wie wäre es damit? Essen. Wo sind denn alle? Gut. Ich schaue mir die Show an. Wo ist Esmi hin? Eine Nachricht. Mein Kind steckt in Schwierigkeiten. Ich werde dich retten. Dad kommt zur Rettung. Ich bin bereit. Je mehr Knoblauch, desto besser. Oh, dieser Geruch. Meine Geheimwaffe ist chili. Ein letztes Hindernis ist das Schloss. Kein Problem. So. Schatz, ich komme. Da ist der Psycho. Lass meine Tochter in Ruhe. Nimm das. Das ist gemein. Du hast es verdient. Nimm das. Ups. Sie klemmt. Du hättest nicht herkommen sollen. Esmi, keine Sorge. Ich beschütze dich. Au. Du Gauner. Nimm das. Mom, du hast uns gerettet. Dafür sind Moms doch da, oder? Ich sollte abhauen. Portai. Was? Du kannst nicht weglaufen. Schnell ins Portai. Du bleibst hier. Autsch. Haha. Ihr werdet eine Überraschung erleben. Kitty, bist du okay? Pikachu? Danke, dass du mich aufgefangen hast. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Du bist schuld. Du bist hier reingesprungen. Das weißt du. Ich habe meine Ringe dabei. Lasst uns in die Zukunft sehen. Wir werden den besten Geheimraum aller Zeiten bauen. Lasst uns mit dem Bau weitermachen. Wir? Auf keinen Fall. Du bist schuld. Leute, bitte drück die Daumen nach oben, damit ich einen Traumgeheimraum bauen kann. Wow, was ist das denn? Nichts passiert. Was ist das für ein Geräusch? Ups. Mein Kopf. Ganz ruhig. Es ist nur eine leichte Gehirnerschütterung. Du. In der Zwischenzeit fange ich an zu konstruieren. Legen wir los. Weg damit. Messen. Schrauben. Kürzen. Sägen. Sichern. Fertig. Ich habe es geschafft. Reih dich. Hier ist mein Zimmer. Das hier ist meins. Was ist mit mir? Kann ich mich zu dir setzen? Nein. Das ist Sonics Gebiet. Such dir deinen eigenen Platz. Kitty, bitte. Bist du sicher? Okay. Ich sorge dafür, dass es euch leid tut. Okay. Wow. Sie ist bereit, sich zu rächen. Willkommen im Poké-Buy. Bring dich in Sicherheit. Strike. Oh nein. Was war das? Mein neues Zimmer. Keine große Sache. Das ist verrückt. Das ist ein ganz anderes Niveau. Umwerfend. Das ist aber nicht fair. Rosa ist meine Lieblingsfarbe. Die Frage ist, was ich tun soll. Ich kann damit nichts anfangen. Ich denke, ich werde meine Flosse benutzen. Die hat mich noch nie im Stich gelassen. Die Wände zu streichen ist eine tolle Idee. Das könnte ich auch machen. Huggy, du wirst mir helfen. Mit ein bisschen Wasser ist Huggy ein toller Pinsel. Das ist toll. Wow. Die Farbe ist ja noch nass. Danke, Huggy. Wenn du mich fragst, schreit die Tür nach Deko. Wir brauchen einen größeren Ring. Fertig. Kitty? Komm, trockne. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich werde dir helfen, Kitty. Ich starte einen Tornado. Was ist denn hier los? Die Farbe ist trocken. Was hast du getan? Ich wollte nur helfen. Ein weicher Teppich kommt hier hin. Und ein weiches Kissen. Und mein Lieblingssessel. Puh. Ich muss mal eine Pause machen. Kitty richtet sich gerade ein. Hey, soll ich dir helfen? Du? Auf keinen Fall. Ich bin ohne dich besser dran. Oh nein, Kitty liebt mich nicht mehr. Ich bin traurig. Hm, ich habe eine Idee. Schleife an die Wände. Perfekt. Hier ist ein Knäuel. Mein Lieblingsgarn. Ich bin fast fertig. Kitty, das kann auch nur dir passieren. Ist das nicht schön? Ist es. Darf ich? Es gehört mir. Na schön. Komm schon, schneller. Wieder Pech. Kitty. Hey du. Hey. Dein Zimmer. Es ist so leer. Aber Kitty. Fairerweise muss ich sagen, dass es dringend Deko braucht. Was soll ich benutzen? Stacheln. Oh ja, viel besser. Was machen wir mit dem Boden? Hm. Hey Pikachu. Kann ich mir dein Schachbrett ausleihen? Nein. Du kannst auch mein Smartphone haben. Abgemacht? Abgemacht. Danke. Entsperren. Hä? Der Akku ist ja leer. Toll. Ich muss nur noch die Größe anpassen. Super. Ich füge Kissen hinzu. Und natürlich meine wertvollen Trophäen. Was macht er denn da? Licht an. Wow. Das ist eine gemütliche Stimmung. Danke. Es gibt doch Platz für Fotos. Ich könnte meine teilen. Das ist toll. Fotos. Das ist aufgehend. Hey. Willst du meine aufhängen? Klar. Warte. Ich zeichne was. So. Fertig. Toll. Ich hänge später auf. Wir sind jetzt Freunde. Yay. Sonic. Was ist mit dir passiert? Ein Sturmschlag. Ich muss los. Kitty. Geh nicht weg. Wie schade. Ich sollte mit der Deko anfangen. Na schön. Was ist das für ein Lärm? Heiliger Strohsack. Der Ballon ist geplatzt. Was ist denn hier los? Dieser Lärm ist zu viel für mich. Sehen wir uns das mal an. Wow. Das ist verrückt. Ich habe alles durcheinander gebracht. Schaut weg. Die Arme. Sie braucht Hilfe. Bereit? Ich bin mir sicher, dass es etwas Gutes gibt. Siehst du? Es fehlt nur noch die Farbe. Wenn du mich fragst, sieht es sehr hübsch aus. Genau. Los geht's. Wow. Pikachu wird besessen davon sein. Lichter dürfen auch nicht fehlen. Es funktioniert. Fertig. Kitty. Hier. Wow. Oh, Sonic. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ein Blumentopf. Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Wir sollten Pikachu rufen. Wow. Das ist unglaublich. Wow. Gut gemacht. Ich muss schlafen. Süße Träume für mich. Die Schuhe gehören mir. Yum. 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 Was ist das für ein ekliger Geruch? Oh je. Ich kriege keine Luft mehr. Igitt. Da sollte sich jemand mal waschen. Sonic. Wach auf. Guten Morgen. Wo sind meine Schuhe? Hast du sie? Hast du sie? Komm schon. Es war sonst niemand hier. Kitty, gib es zu. Du hast sie gestohlen. Während du geschlafen hast, hab ich mein Fell geputzt. Und hab mich verschluckt. Was ist dein Alibi? Ich hab gerade leckeres Popcorn gegessen, als ich etwas seltsames gerochen hab. Hey Leute, kommentiert unten, wer meine Schuhe gestohlen hat. Danke. Ich muss nur noch die Nase malen. Geschafft. Als nächstes muss ich es mit einem Nudelholz ausrollen. Es hat geklappt. Kitty wird es lieben. Klopfdopf. Sonic. Das ist für dich. Wow. Danke. Du bist der Beste. Sie mag es. Ohne Frage. Der beste Teppich aller Zeiten. Ich leg ihn hier drüben hin. Frischer Atem. Polierte Schuhe. Ich bin bereit für ein Date. Hey, Kitty. Hi. Nein. Mein Gesicht. Ah. Hau ab. Bleib weg von meinem Haus. Kitty. Milch. Du liebst sie. Hm. Wie göttlich. Das sollte funktionieren. Das riecht so gut. Wow. Ich freue mich so sehr über die Blumen. Was ist mit dem Ring? Das war sinnlos. Was soll ich mit dem Glas machen? Ich hab's. Wir werden nie ein Paar sein. Das Licht ist fertig. Und das andere. Sonic. Was ist das? Oh, Kitty. Sie mag mich. Das ist mein Song. Hey. Mir ist langweilig. Was macht ihr da? Musik hören. Herr damit. Kitty, geh nicht weg. Ich kann Pikachu nicht allein lassen. Hier. Spiel. Kitty. Niemand wird uns stören. Eins. Zwei. Drei. Was ist das? Hey. Stopp. Lass uns doch etwas anderem suchen. Hier. Teste deine Kraft. Lass uns mal sehen, wie stark du bist. Oh ja. Ich hab gewonnen. Was? Anscheinend ist der Leistungsmesser kaputt. Gib mir den Hammer. Schau zu und lerne. Was? Ich hab mich nur aufgewärmt. Das wirst du gleich sehen. Seh ich gut aus? Alles hat sich verändert. Schön wie immer. Sieh mich an. Ich bin super reich. Hello Kitty. Wo ist mein Poké bei? Oh, ich bin so schön. Was ist das? Ein Hubschrauber? Sonic, du bist es. Hey. Wer ist das? Du bist hier immer etwas Besonderes. Das ist wieder typisch. Mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Ups. Ich muss los. Autsch. Das tut weh. Das liegt alles an dem Poké bei. Du. Das war nicht mit Absicht. Sonic. Ich werd dich retten, mein Schatz. Oh je. Mein Poké bei. Ich muss wohl springen. Gib mir den Poké bei. Ich gehe. Die Frage ist nur, wohin ich gehe. Bring mich zurück. Okay. Nein. Sie sind nicht da. Sind sie nicht? Wir sitzen fest. Ich muss ruhig bleiben. Wo ist mein Stresslöser? Er muss ganz unten in meiner Tasche sein. Oh, da sind so viele Sachen drin. Ich muss mich mal durchwühlen. Hier ist mein Ball. Ich hab ihn gefunden. Kitty, du bist ein Genie. Das können wir alles gebrauchen. Das ist für mich. Der Pool gehört mir. Und ich behalte die weiche Decke. Ich puste den Pool auf. Fertig. Irgendetwas fehlt noch. Kitty? Nein. Pikachu? Das Fluss wird gleich fertig sein. Ich hab eine Idee. Das könnte ich auch gut gebrauchen. Fertig. Was? Wo ist denn alles hin? Sonic? Letzschlag. Wow. Volltreffer. Zehn Punkte. Wieder zehn. Und nochmal. Pikachu. Gutes Ergebnis. Gratuliere. Ups. Tut mir leid. Ich glaub, ein Metalldetektor könnte nützlich sein. Los geht's. Nichts. Nichts. Oh, da ist etwas. Eine Schaufel. An die Arbeit. Was könnte das sein? Ist es wirklich ein Schatz? Ein alterschäbiger Regenschirm. Da kommt mir eine Idee. Ich denke, da kann ich was dran ändern. Krallen. Lasst mich dicht im Stich. Oh, ja. Aber irgendwie fehlt noch etwas. Ja, stimmt. Garn fehlt noch. Das ist es, was ich meine. Wir brauchen mehr Äste für das Feuer. Wie du meinst. Da ist ein Schiff. Lauf. Hallo. Wir sind hier. Hilfe. Sie können uns nicht hören. Ich hab's. Bin gleich wieder da. Rettet uns. Das wird helfen. Los. Es funktioniert nicht. Was? Wir brauchen 30.000 Likes? Ich verstehe. Leute, helft uns. Lasst viele Likes da, damit sie uns hören können. Danke. Was ist das? Eine echte Flaschenpost. Wow. Es ist eine Karte. Eine Schatzkarte. Oh, ja. Was hast du da? Nichts. Hm. Komisch. Wir sollten ihr folgen. Die Karte führt mich hierher. Das ist der Ort. Ich hab sie gefunden. Eine Trommel schätzen. Ich muss mich beeilen. Mein Schatz. Wir müssen ihr leise folgen. Mal sehen. Ein Wachstumstrank. Wow. Ich werd ihn an meinen Ohren testen. Fick-a-Bee. Wow. Der ist gut. Was ist mit der Flosse? Umwerfend. Ich brauch neue Ohren. Und eine Flosse. Das ist toll. Und das wird mein Floß schmücken. Oh, ja. Sehr schön. Komm. Siehst du das? Eine Flasche. Stimmt. Ein Zaubertrank. Nein, nicht. Bevor wir ihn trinken, müssen wir ihn testen. Hier. Wow. Das ist wirklich ein Wachstumstrank. Unglaublich. Diese Wand ist genau das, was ich brauche. Ich bin dran. Ich stell sie hier hin. Wow. Wie soll ich sie dekorieren? Klar. Ich nehme etwas wahnsinnig Teures. Oh, ja. Ein paar Blumen könnten nicht schaden. Es ist an der Zeit, mich herauszuputzen. Ich bin zwar auf einer einsamen Insel, aber ich muss trotzdem gut aussehen. Hey, Sonic. Hey, Sonic. Oh, nein. Das hatten wir doch schon mal. Hey, Kitty. Hey. Was ist los mit dir? Die Geschichte wiederholt sich. Kitty. Leute, warum ist Kitty so traurig? Was habe ich falsch gemacht? Kommentiert unten. Oh, ich werde es etwas würzen. Wow. Wahnsinn. Eine echte Mähungfrau. Ich weiß, was ich gleich tun werde. Hey, ich bin Sonic. Hey, Sonic. Hübsche Haarfarbe. Danke. Ich wurde so geboren. Aber ich habe viel in meinen Muskeln gearbeitet. Behalt dir diese Perle als Erinnerung an mich. Danke. Bye. Was kann ich damit machen? Wow. Schönes Geschenk. Wie nett von dir, Mähungfrau. Oh, Sonic. Was? Ich stecke so in großen Schwierigkeiten. Oh, nein. Ich muss gehen. Schokokett. Glutexo. Wow. Ich habe eine Menge Freunde. Sie werden alle schön in meinem Haus aussehen. Pokémon sind unglaublich. Nichts Besonderes. Nur ein Haufen Pokémon. Ich kann nicht mal meine Freunde zählen. Mei Melody, Joy, Tuxedo Sam, Pantapple, Kankunchi, Chibimaru, auch Pudding und Batsmaru. Du gibst mit deinen Freunden an? Schau dir meine an. Das sind viele, oder? Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Na gut. Und was ist jetzt? Das sind meine besten Freunde. Wir machen nämlich ein Filmabend. Passt auf euch auf. Ich bin am Verhungern. Ich habe einen großen Hunger. Pikachu. Piu, piu, piu. Hier kommt ein Fisch. Fisch. Ich will ihn. Nicht so schnell. Ich brauche erst deine Hilfe. Abgemacht. Hier ist das Fell. Hier ist dein Fisch. Danke. Ich verwandle einen Pokéball in ein Plüschtier. Geschafft. Zum Glück hat es sogar für ein Kissen gereicht. Kitty, vielen Dank. Lecker. Danke. Oh, Sonic. Wir werden ein tolles Paar sein. Ich habe eine Idee. Ich werde alles für ein romantisches Date vorbereiten. Sonic. Ich bin wach. Oh, Essen. Wahnsinn. Ich habe so einen Hunger. Puh, das war lecker. Sonic. Das Date war ein Reinfall. Mal sehen, ob es etwas Schönes gibt. Nein. Und was ist jetzt? Wow. Echtes Gold. Aber ich brauche es nicht. Ich werde weitersuchen. Wow. Ein Spielzeugtisch. Das könnte nützlich sein. Mal sehen, ob ich ihn etwas größer machen kann. Es hat geklappt. Hey, hör auf damit. Ups. Das wollte ich nicht. So viel Müll. Unglaublich. Aber ich räume das alles auf. Ich werde nichts liegen lassen. Das könnte ein toller Stuhl sein. Wow. Ich liebe es. Jetzt kann ich Gäste einladen. Willkommen. Das Feuer ist im Nu fertig. Aber wie macht man ein Feuer? Viel Spaß mit den Marshmallows. Und Getränke. Danke. Na los. Komm schon. Oh, das könnte eine Weile dauern. Ich könnte dir helfen. Danke, Pikachu. Die Marshmallows werden gleich fertig sein. Das ist ein Hubschrauber. Hilfe. Wir sind hier drüben. Hilfe. Wartet. Was ist das? Meine Ringe. Vielen Dank. Wir sollten nach Hause gehen. Ich öffne das Partei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.